Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne wieder vier unterschiedliche Plattformen zeigen, auf denen ihr Online-Geld verdienen könnt. Mir geht es immer darum, euch einen großen Überblick über all das zu geben, was dort draußen existiert. Und für euch sollte das Ziel sein, zu schauen, welche Fähigkeiten besitze ich denn eigentlich und kann ich diese Fähigkeiten bei dieser Einnahmequelle einsetzen. Wenn ihr nämlich bereits Berührungspunkte zu genau dieser Einnahmequelle habt, weil ihr genau dieselben Fähigkeiten habt, dann wird es euch deutlich leichter fallen, mit genau dieser Einnahmequelle Geld zu verdienen. Und ich denke, heute ist für jeden von euch etwas dabei. Es soll um ein paar Plattformen gehen, wo ich euch einen Einnahmeupdate geben möchte. Ich möchte euch ein paar neue Plattformen zeigen, die ich noch nicht vorgestellt habe. Und es sind immer natürlich auch Plattformen dabei, wo auch jeder von euch ohne Vorwissen und meist auch ohne Startkapital loslegen kann. Also, viel Spaß damit und bis gleich nach dem Intro. Heute habe ich wieder für euch ein paar wirklich interessante Plattformen vorbereitet. Und ich möchte euch auch vor allen Dingen ein Update geben hinsichtlich Eduki, wie viel Geld ich auf dieser Plattform nun hier verdient habe und ob tatsächlich irgendwelche neuen Einnahmen in Ferien, die wir ja derzeit haben, in Schulferien, reingekommen sind. Bevor ich das tue, habe ich auch noch mal eine kurze Bitte an euch. Ihr wisst, ich publiziere jeden einzelnen Tag neue Videos für euch hier auf diesem Kanal. Und ich überlege sogar, ob ich tatsächlich zwei Uploads am Tag machen sollte. Schreibt es gerne mal in die Kommentarsituation rein, ob ihr zwei Videos am Tag haben wollt. Und klickt am besten auch auf den Abonnieren-Button, das ist selbstverständlich kostenlos. Der Button befindet sich unter diesem Video. Einfach einmal kurz drauf gehen und am besten auch noch mal auf die Glocke klicken, weil dann verpasst ihr wirklich keines von meinen neuen Videos mehr. Schon mal vielen Dank dafür im Voraus. Fangen wir dann mal mit Eduki an. Für die Leute, die sich jetzt unsicher sind und denken, was war das nochmal? Es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der man Lehrmaterialien verkaufen kann. Vor allen Dingen für die Grundschule, Sekundarstufe 1, als auch Sekundarstufe 2. Und hier zum Beispiel auf der Homepage seht ihr auch gerade mein Mathematik-Megapaket aus 40 unterschiedlichen Materialien. Und ich habe mich zum Beispiel hier auf der Plattform vor allen Dingen auf Mathematik-Materialien fokussiert und habe davon einige bereits publiziert. Ich bin kein großer Seller auf der Plattform. Ich habe jetzt 681 Follower, habe 38 Materialien publiziert. Und ihr könnt die auch ganz transparent hier einsehen und könnt euch auch gerne daran orientieren, falls ihr selbst ein Eduki-Business aufbauen wollt. Ein Kurs rund ums Thema Eduki wird auch relativ bald kommen mit einer sehr erfolgreichen Eduki-Sellerin. Ich weiß, ich habe euch da sehr lange warten lassen, aber jetzt lasse ich das Ding endlich mal fertig werden. Wie auch immer, ich habe halt auf dieser Plattform hier jetzt 38 Materialien, 681 Follower und konnte mir jetzt hier ein kleines passives Einkommen aufbauen. Die großen Seller auf der Plattform verdienen absolut gigantische Summen Geld. Da bin ich noch nicht. Ich schaue mir einfach mal hier meine Verkäufe und Downloads an und komme da derzeit auf ein Gesamthonorar von 102,45 Euro. Jetzt aber in den letzten paar Wochen, sag ich jetzt mal in den letzten zwei Wochen, ist so gut wie gar nichts reingekommen. Warum? Weil wir natürlich derzeit einfach Winterferien haben. Und da kauft praktisch kein Lehrer Materialien, weil die Lehrer müssen jetzt derzeit keinen neuen Unterricht vorbereiten. Das heißt, ihr habt davor gesehen, da kamen praktisch jeden Tag Sales rein oder alle paar Tage Sales rein. Und jetzt natürlich haben wir so eine Flaute. Und ich habe auch schon mit einigen anderen Eduki-Sellern gesprochen. Das ist absolut normal. Das passiert halt, weil einfach derzeit Ferien sind. Und es gibt natürlich eine Strategie, wie ihr noch deutlich schneller Geld verdienen könnt über Eduki. Erstmal, ich erstelle alle meine Designs in Canva. Und wenn ich jetzt ein Design erstellt habe, dann nehme ich dieses Design und kann es auch noch auf zwei anderen Marktplätzen innerhalb von Eduki publizieren. Weil Eduki hat nicht nur einen deutschen Marktplatz, sondern auch einen französischen und einen spanischen Marktplatz. Und was ich machen kann, ist, ich kann einfach meine Datei nehmen, kann die hochladen in dieses Tool hier namens Deepil und kann sie automatisiert übersetzen lassen. Dazu klicke ich hier oben auf Datei übersetzen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich halt hier oben die Sprache auswählen, zum Beispiel in meinem Fall Deutsch, und kann dann diese Datei übersetzen ins Französische oder ins Spanische. Und so kann ich automatisiert, ohne wirklich irgendwas tun zu müssen, mehr Geld verdienen. Und ihr könnt übrigens dann auch eure Materialien nicht nur ins Französische und Spanische übersetzen, sondern auch ins Englische. Warum? Weil es gibt noch eine weitere Plattform namens Teachers Pay Teachers. Auf Teachers Pay Teachers verdienen gerade viele Leute aus den Vereinigten Staaten extrem gutes Geld. Eduki hat leider keinen wirklich großen englischen Marktplatz bisher, aber Teachers Pay Teachers ist halt das englische Pendant zu Eduki. Das heißt, wenn ihr eure Materialien schon anbietet, dann übersetzt sie auf jeden Fall nochmal ins Englische und publiziert sie noch über diese Plattform hier namens Teachers Pay Teachers. Jetzt möchte ich mit euch zu einer Plattform kommen, die ich bisher noch nie auf diesem Kanal vorgestellt habe, nämlich Bonsai Market Research. Das ist eine Plattform, die es euch erlaubt, Geld zu verdienen mit eurer Meinung, beziehungsweise indem ihr Tests durchführt. Und hier steht folgendes, nämlich herzlich willkommen bei Bonsai Mystery Shopping. Wir führen bundesweit Testkäufe für nahemhafte Kunden durch. Wir sind exklusiver Partner von Kanta TNS und für die Durchführung von Mystery-Studien. Unsere Tester begeben sich für uns in alltägliche Situationen und beobachten und bewerten Abläufe und Beratungen in verschiedenen Branchen. Und ihr könnt hier Geld verdienen, indem ihr einfach nur Folgendes macht. Ich habe euch einen Link zu Bonsai Research in die Videobeschreibung reingetan und da werdet ihr direkt zu diesem Part hier weitergeleitet. Hier könnt ihr einfach eure Daten eintragen und könnt anschließend dann sagen, okay, ich möchte auf dieser Plattform hier Geld verdienen und könnt dann praktisch, nachdem ihr eure Anmeldung gemacht habt, die ersten Einnahmen generieren, indem ihr Tests durchführt. Das heißt, es ist praktisch wieder so eine Umfrage Produkt-Test-Plattform, wo ihr also gefragt werdet nach eurer Meinung zu einem spezifischen Thema. Und Bonsai Market Research zahlt ziemlich gut im Vergleich zu vielen anderen Plattformen und deswegen kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sagt, ich möchte Geld verdienen, indem ich meine Meinung online wiedergebe, beziehungsweise indem ich einfach Tests für ein Unternehmen durchführe. Also typische Market Research Sachen. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Dann eine weitere Methode, die ihr nutzen könnt, um Geld zu verdienen, ist das sogenannte Transkriptions-Flipping. Es gibt solche Plattformen wie zum Beispiel GoTranscript oder auch die Plattform Transcribe.me. Ihr könnt auf dieser Plattform hier Transkription durchführen, was in der Praxis bedeutet, ihr schreibt einfach nur ab, was eine Person in einer Audio sagt. Und auf zum Beispiel der Plattform GoTranscript könnt ihr halt euch jederzeit die Aufträge nehmen und könnt diese selbst abarbeiten. Das heißt, ihr könnt selbst die MP3-Teile anhören und könnt dann abschreiben, was in dieser MP3-Teile gesagt wird. Oder ihr macht folgendes. Ihr sucht euch jemanden, der das Ganze für euch machen kann. Und da gibt es dann solche Plattformen wie zum Beispiel Upwork. Und da könnt ihr hier, sagen wir mal, den Begriff Transcription eingeben. Und dann findet ihr Leute, die wirklich hier eine Transkription für zum Beispiel 30, 40 Cent pro Minute machen. Hier zum Beispiel für 7 Dollar die Stunde, 8 Dollar die Stunde. Manche Leute wollen sogar gerade mal 3 Dollar pro Stunde haben. Und wenn ihr natürlich solche Leute anstellt, zum Beispiel hier, 5 Dollar die Stunde, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr es schaffen, die Dateien für weniger Geld zu transkribieren, als ihr bekommt. Zum Beispiel, ihr bekommt dann, sagen wir mal, 1 Dollar pro Minute. Das heißt, ihr kriegt dann zum Beispiel eine 10-minütige Datei, dafür kriegt ihr 10 Dollar. Und die Person auf Upwork, die würde es zum Beispiel machen, für 50 Cent pro Minute. Das heißt, ihr würdet dann 5 Dollar ausgeben, würdet 10 Dollar einnehmen und hättet in diesem Falle einen Gewinn gemacht von 5 Dollar. Und das ist natürlich wirklich nett, wenn man überlegt, dass es nicht nur eine Transkription-Plattform gibt, sondern relativ viele Plattformen. Zum Beispiel, GoTranscript, TranscribeMe und noch viele deutsche Plattformen. Und vielleicht werden viele von euch sagen, aber ist das nicht viel Arbeit? Ja, definitiv. Es ist einiges an Arbeit, weil ihr halt immer die Aufträge nehmen müsst. Ihr müsst sie weiterleiten, müsst dann das fertige Ergebnis zurückschicken. Aber ihr müsst halt eigentlich gar nicht so viel Zeit reinstecken. Ihr müsst zwar, sage ich jetzt mal, diese ganzen manuellen Aufgaben machen, aber es ist halt wirklich die einfachste Tätigkeit, die mir persönlich jetzt einfallen würde, um Geld online zu verdienen und das schon relativ schnell. Das Einzige, was ihr halt hinbekommen müsst, ist, ihr müsst auf die Plattform angenommen werden. Also TranscribeMe nimmt deutlich mehr auf. Ihr könnt zum Beispiel auch auf der Plattform Scribby euch noch bewerben. Ihr könnt euch auf der Plattform GoTranscript bewerben. Auf GoTranscript ist es meistens ein bisschen schwieriger reinzukommen und derzeit gibt es nicht ganz so viele Aufträge. Auf TranscribeMe ist es eigentlich relativ easy reinzukommen. Dazu klickt ihr einfach hier oben auf Freelancers drauf, klickt auf Start Freelancing und schön könnt ihr hier im Bewerbungsprozess euch anmelden und könnt euren Spot auf der Plattform bekommen. Übrigens, wenn ihr mehr rund um das Thema Flipping lernen möchtet, ich habe eine Flipping Masterclass, einen gigantischen Kurs, in dem ich euch Schritt für Schritt zeige, wie man ein Flipping Business aufbaut. Das heißt, dass man die Arbeit nicht selbst durchführt, sondern dass man jemanden hat, einen Freelancer, der für einen die Arbeit erlegt. In diesem Kurs stecken über 60K die Videos und Schritt für Schritt Anleitungen für jeden von euch. Und hier seht ihr zum Beispiel eine Person, die war auch in der Flipping Masterclass drin. Jens, der verdient derzeit über 20.000 Euro pro Monat mit dem Flippen von Übersetzung und ihr lernt auch, wie das funktioniert in der Masterclass. Ihr könnt jetzt für 0 Euro starten. Ihr könnt einfach hier für 0 Euro starten draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet zum Checkout. Und das Ganze funktioniert wie folgt, ihr habt eine 24-stündige kostenlose Testphase, in der ihr jederzeit auch wieder zurücktreten könnt und sagen könnt, hey, den Kurs möchte ich doch nicht. Wenn ihr aber halt diese 24 Stunden durchlauft und ihr sagt, ich bin zufrieden mit dem Kurs, dann wird automatisiert der Zahlungsplan gewählt, den ihr ausgewählt habt. Ihr könnt eine Einmalzahlung wählen oder auch eine Ratenzahlung. Also wirklich ganz entspannend. Ich denke, jeder von euch kann sich das auch leisten. Deswegen einfach hier auf jetzt kostenpflichtig bestellen draufklicken und schon geht es los. Alle Informationen zu 0 Euro Testphase sind auch nochmal unten auf der Landingpage hier verlinkt. Und dann vielleicht noch eine weitere Plattform, nämlich die Plattform Naga. Hier gibt es jetzt einiges noch zu verdienen. Ich persönlich bin derzeit dabei, nochmal mehr Trades zu setzen als jemals zuvor, damit ich euch noch mehr passives Einkommen generieren kann. In der letzten Woche habe ich auch einige negative Positionen geschlossen, sodass halt weniger offene Trades existieren. Ich habe euch meinen Link zu Naga in die Videobeschreibung reingetan. Naga ist eine sogenannte Copy Trading Plattform. Das heißt, ihr könnt hier auf dieser Plattform meine Trades kopieren. Ich bin hier einer der Top Trader. Das heißt, ihr könnt praktisch schauen, welche Assets, welche Anlageklassen trade ich. In meinem Falle trade ich eigentlich nur den US-30 und da könnt ihr meine Trades kopieren und euch dadurch ein passives Einkommen aufbauen. Zum Beispiel hier seht ihr, dass ich insgesamt, ich hatte 5000 Euro reingesteckt. Jetzt habe ich schon 4283 Euro an Gewinn generieren können. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ist hier so ein Knick in der Grafik? Das liegt an den sogenannten Swap-Gebühren. Es gibt nämlich Haltegebühren. Und wenn ich dann also Positionen schließe, die für einige Zeit lang offen waren, dann werden natürlich die Swap-Gebühren fällig. Und genau deswegen haben wir hier so einen Knick. Aber es geht wieder richtig ordentlich bergauf. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall alsbald wieder hier über den Swap-Gebühren sein, beziehungsweise über den Punkt sein, wo die Swap-Gebühren angefallen sind. Genau deswegen, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder 20-30 Trades am Tag für euch geschlossen, sodass ihr euch hier ein passives Einkommen aufbauen könnt. Ein Link zur Plattform ist in der Videobeschreibung drin. Ihr müsst einfach nur Folgendes machen. Klickt hier in der rechten Ecke auf erste Schritte drauf. Anschließend dann könnt ihr euren Account anlegen. Dann geht ihr einfach nur weiter direkt hier zu meinem Account. Das heißt, ihr könnt dann hier in die linke obere Ecke gehen und gebt dann einfach ein Leon Schottari zusammengeschrieben ohne Bindestrich. Und dann könnt ihr hier schon bei mir auf den Autokopieren-Button draufklicken. Der befindet sich hier unten und könnt dann meine Trades kopieren. Das war es nun tatsächlich hier schon wieder für dieses Video. Ich danke euch. Und nochmal, Link zu Naga als auch zur Service Flipping Masterclass befinden sich in der Videobeschreibung drin. Und auch nochmal natürlich ein Link zu Bonsai Mystery Research, falls ihr das Geld verdienen wollt, mit Umfragen. Gut, das war es nun hier für dieses Video. Ich danke euch. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein für diese drei Dinge. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.